hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0815 live. Ja, heute sind wir bei dem nächsten PPV bei TLC, wo wieder einmal alle Titel auf dem Spiel stehen. Ich bin gespannt, wer seinen Titel behält bzw. wer ihn vielleicht verliert und wer sich ihn erholt. Ja, mehr zu reden geht es heute eigentlich nicht. Also, da wurde es gesagt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich schneide das zwischenstattig raus. We have one of our breakout talents against an imposing adversary. I can't wait. Und wir starten diesen PPV mit einem Backstage-Ball zwischen Blackpain und Asterface. Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, Asterface gegen Blackpain. Asterface ist doch mit der Raking. Nein, er hat zu letztem, also gestern, seinen Titel verloren gegen den Sundergold. Und ich habe nachgeschaut, er hat den Titel über 100 Tage gehabt, so dass er in das Main Raking aufgestiegen ist. das war es ministre ich möglichst rechts scha Vel Rockpain wird genauer. ... ... ... anja ... ... Und die beiden Schenken, die bei Setsch Wallops sind da nicht. Da kommt der Konter! Vorne ist der Face! Ich weiß, dass er vieles in dem Kampf ist. Ich weiß, wenn ein Kampf ist, in den Backen. Ich weiß, dass du, Saxton. Mr. Goody Two-Shoes hier lässt, in den Rink. Ich weiß, dass es früh ist, aber er muss alles in his Power nicht zu lassen. Nailed it! Oh, jees! Ich weiß, dass es nicht mehr im Kampf geht. Ich weiß, dass es genau wie dieser Mannschaft gibt. Der Mund ist auf dem Weg, der muss von der Rink. Der Rink! Der Rink! Der Rink! Er ist auf dem Weg gekommen! Der Rink! Oh mein Gott, er ist warm! Und hinten sind wir John Cena in der Hülle. Ja, das ist der beste Schwanz. Vor allem wie ich das habe sie wohl gemacht. Wie ich sie dann mache. Und ich glaube das hat ziemlich schwer für die erste Phase auf diese Kiste zu knicken. Oh, er hat eine gute Erfolge von BlackBain. Ein schöner Fick. Der Fick ist in dem Kopf hinten gegen den sicheren Frasten. Oh und�ップ. Du siehst wie sie noch mehr aufgewachtert. Ja, was sie Und damit dreht der Blick wenig das erste Match von heute Abend. Er gewinnt das Kick-Off-Match. Und da kommt auch schon der erste von Trent. Und zwar der Flippin Wolf als Hauptausschuss. Und das war dann auf den Titel. Und bevor wir weitergehen, ich möchte ein sehr Merry-Christmas an our WWE-Universe-Watting-At-Home. Oh, I echo those sentiments, Michael. Und ich hoffe, dass Santa was gut für alle, auch alle, auch ihr, Corey. Ich hoffe, er bringt euch Coal, Myron. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Genau, und er geht direkt auf die Arme vom Fuli-Ruf. Oh, my... Oh, my... As we say in the trade, guys, the monitor area in the locker room is likely sold out for this one, as there are plenty of superstars with a vested interest in the outcome of this match. They're rooting for the champs. They're in here tonight. The last thing they want to do is to wait even longer while the champ's rematch clause kicks in. The challenger's taking on some offense, but the challenger's taking on some offense, but he's not appearing too worse for wear. Mark my words. Mark my words. Shoulders on the mat. It's going to take more than that to keep his shoulders down. Too soon. Oh, my... Oh boy, I don't feel regret. Oh my goodness, He looked tão schön Jeffy-Wolf, malt mix it in he might've missed it. Und jetzt dreht er der Roller auf. Sehr schlimm, aber in der Finkversuch. Und der Fink geht. Hat er nicht so raus. Oh! Boom! A bad place to be for the Challenger. The Challenger is starting to feel the pressure of this high-profile championship match. I've never counted this guy out, but I'll tell you what, he's not looking so hot right now. He's really going to need to find a way to get back in this thing. This is where we find out who the better man is, and at this point, it could very well be either one of these guys. That's how close this thing is. Slam for the authority. This is all but over. The champion into the cover! And he kicks out. And we continue. Oh, no. We know what this is. Oh, continuing to punish them. I knew it was only a matter of time. You don't get stretched like that and expect to walk the same way. Whoa! He lets him out. What a fool. He had him dead to rights. He wants no part of the outside. Oh, and it's a reversal. These guys give me this sold-out crowd exactly what... Oh, wow! He went left. Incredible. Wow. He's got him covered. Und das war's. Der Thunderbolt verteidigt seinen Titel gegen den Flügel Wolf. Ja, herzlich willkommen zu den Thunderbolt. Und ja, und damit die erste Titelverteidigung für diesen Chubb, für diesen Parallel. Ja, und wir reden jetzt weiter zum nächsten Matchball-Tamen. Und wir sind im... Gut, ich hab die erste Matchball-Tamen. Aber... Hey, hab ich falsch gemacht. Na gut. Ja, wir sind im ersten TNC-Matchball-Tamen. Ich sehe nur den... Aber mit diesem typischen Kumpf-Biode. Den Hachmeer Rashida. Dann den Crazy Frog, den Galaxy Junker. Und den Nightmare. Ja, hier gibt es keine Titel. Nein, keine Ahnung. Die sind keine Titel. Einfach nur mal ein schönes 480-NC-Match zu sehen. Und ich bin nicht mal der hier, als sie hier rausgeht. Ja, dann könnte ich meinen der Crazy Frog und der Hack mit der Maschita werden die Verwandte von aus und her. Und das ist ein... Ist es so... Oh, der ist ein... Oh, der ist ein... Der ist ein... Der ist sehr gefährlich, Und der Hapu über Schüter holt sich ein Saral raus und der Leibner stellen die Leibner auf. Der Hapu über Schüter holt sich ein bisschen mehr auf. Im Ofen von mir persönliches Lieblingshaus. Hey, du wirst du ein Realty Show mit uns. Das wäre toll. Sitter neben dir jede Woche ist mehr als genug, Saxton. Es gibt nicht genug Geld auf der Planeten Erde, um mich in einer Haus mit dir zu leben. Vergiss es. Oh, ich bin auf Flügel. Das wird die Leibner raus. Du bist zu zeigen, dass die Fatsache. Und der Phrazy Rost geht schon mal hoch, um den Topfer zu holen. Der Simpich, der Manchana sagt nicht einfach, was er hängt. Aber Ziel ist den Simpich, das ist er einfach, wenn er zu holen. Auch wenn der hier kein Topfer trinken wird, weil... Ja, wir sind im Intertrading und da kriegst du ja kein Topfer. Und der Hub Yamashita mit Runde holt. Von Gary C. Champion und von Nightmare. Jetzt kommt er wieder an den Topfer. Und wir werden jetzt noch mal drücken. Wieso? Und das sind alle drücken. Man ist das wirklich nicht auf dem Platz gegangen. Ja, ich weiß nicht, dass es hier nicht mehr ist. Machen wir uns beworben. Und ich weiß nicht, dass es momentan geht. Wir können nicht woher hinbekommen, ohne jemanden zu sprechen, über den WWE zu kommen. Nicht heute. A Breakneck Speed run over Corona. Und er wird erlässt, um ihn zu tun. Und er wird erlässt, um ihn zu tun. Ach, was brauchst du da? Und da oben, genau. Was brauchst du da? Er ist wieder genau. Und er hat erlässt. 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 Er hat dann... Gegen Schamba installert. Jetzt zurück in der Ring. Und er hat Hiramashita zu dem Ring mit Ressources hinter den Leiter zu nehmen. Aber er gibt den Störterwein vom Hiramashita. Und der Leiter wirft ihn in Dunkel her und in den Haku. Und stellt die Leiter auf. Kann er sich die Düden holen? Und er sieht dieses Matches. Und er schafft es tatsächlich auch wieder auf. Und versuchen wieder mal die Leitung zu werfen und er schafft es tatsächlich auch. Und dann wieder und Zappen eingestört. Habe eben schon wieder ein. Der Hors von hinten. Der Hors wird nicht hinter. Uosaku, da halt dich raus. Falls der Hors, meine Hors, schafft es den die Leitung zu werfen. Aber hier ist nicht mehr so. Ich kann euch sagen, es gibt jemanden sogar mehr zufrieden. Und das ist der Lokal Hardware. Ich bin überzeugt, dass wir ihren entireen Selektionen von Ladders in der Preparation für heute. Oh boy, er ist ROLLING! Und dann, da mit der Ladder um. Und er, der hors ist es. Der Hors wird es für heute. Und dann geht es um 12. September. Und dann geht es um 2. September. Das sieht fast aus. Oh, da wird der Frazierhorst geschehen, die Leiter aufzusetzen. Und der Leiter holt sich die Leiter. Jetzt findet ihr wieder den Frazierhorst. Möge Blit microşiven, das wird der Frazierhorst geschehen. Operation wird der Frazierhorst geschehen, das ist der Frazierhorst geschehen. Wir müssen erholen, dass die Leiter und die Leiterhöhre. Nebости, es ist ein Schritt zurückfließt, das ist ein Schritt zurück. In der Renn er wirklich nicht mehr Anliegen. Not in the hard way. A bang, soft knee. I don't know how much more of this he can take. I have a feeling this isn't going to end well for him. Almost all the social media activity I saw heading into this match had him as the heavy favorite, but now it looks like he's about to let them all down. Well, on the first side. Now, that has got to be it. Oh, boy, he is rolling. Oh, shit. To think, I almost rode him off earlier. Whoa, the ladder hits. Jeez, that's going to hurt. You've got to believe this one's over. Oh, what impact. I don't know how much gas he has left, guys. This is his opportunity to win this thing. And here comes Yamashita. Oh, look at it. And that's it. Haku Yamashita has got the victory of this match. His first victory, I believe, since he's in the World of Universe. And here comes your victory, Haku Yamashita. Yamashita! Yeah, good luck to the Haku Yamashita at the end of this match. And here comes the next match. Yeah, and we're on the way. Yeah, looking at his two man, I don't think there's going to be any future drama about this. It's getting turned to his team with the title from Future Road. Let's see if he can keep it in and, if he has Economics to get into it. Und dann wieder streiten wir Leute, wer bringt den Regal, der fliegt raus, hat diesen Streit gewonnen. Jetzt war der Schlaghaftausch, den auch der Fliezerin für das erste gewinnt. Er ruft eigentlich Hubsch und holt er den Schlag von Ace Ultimate. Ja, und wenn sie das auch gehört, der Future Gold Dillbahn Titel. Aber das wird nicht heißen, denn er muss ja über die Leiter hoch, um an seinen Titel zu kommen, die er erfüllen muss. Wie soll sie denn da am Weg sind, sie sind hier aufgestellten Hüppler rennt. Da ist nun der Zukunft anders, würde ich sagen. Und SM2 geht raus und holt sich an den Stuhl. Schafft es aber nicht den Future Gold, um zu schlagen. Und er fliegt gegen die Weite Regen. Und dann schon der Song Suplex Bom. Future Gold, er hat definitiv viel in der Hand. Und der Konter von SM2. der K summers thigh-90 sees him before his image. Um zu schlagen ausprobieren. Und jetzt ist er noch nicht so, dass er sich in den Füter wird. Ja, das ist ein Füter, das ist ein Füter, das ist ein Füter, das ist ein Füter, das ist ein Füter. Und der Flitter ist Intimate, wieder mal gegen die Leiter reden. Oh gut, das hat mir bevor, der Flitter und hat mir die Leiter zerstört. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Interessant. Und er holt einen Tisch rein. Oh, die Leiter ist nicht gut. Interessant. Naja, wäre gut für die Leiter. Ah, der Frau sieht die nächste. Und jetzt wieder, er sollte durch den Tisch fliegen. Oh, der Flitter und wo geht's in den Tisch rein? Das ist ein, der Flitter ist ein, der Flitter ist. Das ist ein, der Flitter ist ein, der Flitter ist. Und bei der Sound of this crowd, ich denke, sie sind das, was sie wollen. He... Oh, das ist ein, der Flitter ist. Hier ist ein, der Flitter ist. Hier ist ein, der Flitter ist. Und der ist mittlerweile, fängt an den Zittler zu flippen. Kann er schaffen. Der ist... der Flitter ist ein, der Flitter ist ein. Aber er hat jede Menge Zeit. Und ich glaube, das ist so lange, dass er jetzt so festgestellt hat. Ja! Da ist es! Der erste Titelwechsel vor Ort Abend. Ace Ultimate gewinnt den Titel von Future Gold. Das heißt, Future Gold hat die Flitter-Rückmensch. Aber er ist ein, der Winner, und den Ace Ultimate. The following contest is an Extreme Rules Match and is for the WWE Cruiserweight Championship And is for the WWE Cruiserweight Championship Big-time singles matches on deck here And Byron, what should we expect to see here tonight? Well, given the shape these superstars appear to be in here tonight I fully expect to see one of the most competitive matches we've seen in a very long time Let's go 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 Merry Christmas You know, I can't help but wonder what I did wrong to have to be spending Christmas sitting next to you two Let's go 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von Birmingham, England, weighing in at 205 lbs, he is the WWE Cruiserweight Champion, John Ray. What a night. What makes sense? Ja, das ist das. Das war's. und die Schlosser sind schon im Glouz. Als ich schon mal wieder etwas wieder verholt habe, dann war die Schlosser-Glosser. Glouz war das Schlosser-Glosser. Die Schlosser-Glosser war ein bisschen. Das ist ein absoluter, ein ganzes Spiel. Okay, warte, warte, warte. Ich werde das gleiche. Der Schlosser-Glosser hat einen Schlosser-Glosser. Noch nicht. Und von dem Schlosser-Glosser. Und als Schüner in Form von John Waze Er ist nicht so schön, sie hat sich nicht so schön Mit der Gamze ist der vaccinbarkeit. Gerne war es gut. Das war ein guter Eich-Wasser. Der wird jetzt über ein Stadion abgeholt. Er ist die Stadion abgeholt. Er ist ein Stadion abgeholt. der Champion but not for a second do I expect him to back down now I can tell you with all certainty that he did not anticipate his opponent mounting any sort of comeback here and it looks like he was wrong very wrong we're actually miss not for those balls to waste this is not the place where you want to underestimate your competition absolutely not the DDT from Klobis Boss that's the answer ah I want to pick it up and what does it look like? I just can't get over the physicality of this match it seems to be hot it seems to be hot let's say we don't have the hot people with the hot team even though he has to be hot but no it seems to be hot wwe fans watching this match all around the world back now inside the ring und schlägt den Horten durch was einsteht, das gibt es ja auch drüber und der nächste Versuch von John Grace, aber der Clariscos geht noch einmal aus und der nächste Pimp Versuch und der Clariscos geht wieder aus und das sieht aus wie ein ChapStomp und das war der Einfluss von John Grace aber John Grace kam noch einmal raus und das ist jetzt der Clariscos von John Grace aus Ozil so hängt ihm Sano ein und schöner move und Fred Louis Wasth with den nächste Waffe muss sogar aus einem Meiner im Team lustig, das muss ja nicht gescheit sein aber der John Grace kann mehr Schlag kontern und der nächste Versuch von John Grace aber der Clariscos kommt auch dann noch einmal raus der macht's den John Grace nicht einfach und wieder sein Plash, wie schön gepeint war und das war's John Grace verteidigt seinen Titel gegen den Clariscos, ja herzlichen Glückwunsch und das war's ja da scheint der Clariscos zu wissen ganz schön zurück zu sein er ist nie wiederher glórius Ja, und wir haben eine Wendung der Klaasierlicher Züge, der Clovis Ross ist respektvoll, Stolz bis 2, 2, minus 3 und der John Waze ist 2, Stolz minus 2, 2, 3 und bitte weiter zum nächsten Match. Untertitelung des ZDF, 2020 Making his way to the ring from Berlin, Germany, weighing in at 204 pounds, Logan! And guys, I hope Santa was good to you this morning. Oh, he's always good to me, Cole, though I'm pretty sure Saxton ended up with Cole in his stocking. I'm pretty sure he's always good to me, Cole. I'm pretty sure he's got it. I'm pretty sure he's got it. I'm pretty sure he's got it. And his opponent, from Hong Kong, China, weighing in at 100 pounds. 56 pounds, The Luchador, El Jefe. Ladies and gentlemen, it's now time for our big steel cage match. And I know both of these superstars are supremely tough, but you'd have to assume they're experiencing some butterflies here as we wait for the opening bell. Yeah, I'm close to this, that's it, that's it, that's it, that's it. Between the Viper and the M1 and the M1 shooting the cage match. Watch out, I'm very hungry by the M1 and the M1 shooting the cage match. Is he really like this? This is really fun. But I'm not checking this list. And I'm watching the drop kicks from Viper. Here he goes. He's starting to stumble here. Well, he knew this is gonna be a fight heading into this one. He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him. Sometimes. And he breaks the hole. But look at him, still trying to catch his breath. We know what's coming here. I don't think he's got it completely locked in. And stuff from Mark calls. And he gets down to the submission of Michael. I'll be surprised, Michael. I did not see that one coming. Oh, what a backbreaker. Man, just ugly impact. Oh, brokphus... Oh, and he reverses it. Oh, he reverses it. Oh, and he's got it. He's got it back to the points of Viper. And now the eggs. I'm sure I don't think he doesn't know why he has the eggs. How much data that's been it is. But then we can't stop it again. And the wife of Viper is holding the arm. Gegen den Ring, gegen die Käfig. Ein schöner Superkrieg. Und weiter, versucht uns erst mal rauszuklettern. Schaffe es ihr, Philipp Mann vorher wach. Andy Mann ist wieder auf die Beinen. Ah, er fängt mit dem Leiter nicht ran. Können wir noch hoch? Sie sind noch geblieben. Sie sind noch geblieben. Sie sind noch geblieben. Genau, Philipp Mann. Hast dir nichts gefallen von diesem blöden Verstrahlten? Irgendwas. Mach weiter. Sie sind Pelipper raus. Ja, genau. Sie sind hinter. Sehr gut. Erstmal für ihr, dass der weiter ausbeln kann. Und da kommt er, kommt er. Vom Viper. Oh, ich weiß die dritte. Könnte es das jetzt schon gewesen sein? Kann der Viper schon rausklettern? Oh, er ist jetzt ziemlich schön da oben. Ganz so schnell oben. Und das wird es schon gewesen sein. Und das war's. Ich meine, ob man sich aber mit dem Viper jetzt rauskommt. Die Spielstelle? Nicht der Waffe? Ja, Heldlick und Charlie Viper. Du hast diese Realität gewonnen. Hm. Hier. Da muss ich mir was überlegen. Das war halt schon das Realität. Und vor allem, dass ich jetzt das Spiel vorgeschlagen habe. Sehr gut. Erstmal Glückwunsch hatten wir weiter. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir, meine Liebe. Weil das war kein schlubes Match jetzt. Dann lass ich mir noch was einfallen für die nächsten Tage. Warte mal ab. Ja, der Viper ist für Ritterich. Das ist ja nichts Neues. Das wissen wir schon. Er ist ja ein Viper. Er ist minus 2 edel istlich. Spiel minus 2. Ach, er sieht minus 2. Und scheinbar Hausdauer war auch der Herausforderer. Auf den World Title von 015 Live. Sprich auf den Titel von... 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 Von The Beetle. Ja, ich meine, es ist recht wohl. Stoßbuss 2, 4 plus 3. Und es ist in Final 8. Und wir gehen jetzt den nächsten und zugleich mit dem Match for heute. Der nächste Kontest ist für eine Fall. Und ist für den ECW World Championship. Mr. Money in the Bank. Ja gut, es bleibt einfach so alles zu planen, aber egal. Also, Leute, ich würde sagen, dass das Spiel auf Weihnachten ist, dass es ein Tremendeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses. Ich weiß nicht, was es zu sein, wenn es in der Ringside ist, aber ich kann euch sagen, es ist ein absoluter Blast zu sein, zu sein, auf so eine besondere Verteidigung. Und bevor wir weitergehen, Und wenn wir weitergehen, ich möchte ein sehr Merry Christmas geben zu unseren WWE-Universen-Watting-At-Home. Oh, ich echo die sentiments, Michael. Und ich hoffe, dass Santa was gut für alle, auch da, auch du, Corey. Ich hoffe, er bringt dir Coal, Byron. Not Thompson und andere Tatster, mit einem Schlag Department und einem Schlag Schendfunker auf 19. Sie sind in zwei Minuten. Und zwar bei einer Schlag. Und zwar bei uns Blast zu machen. Schnell. Und zwar bei uns Schlag. Die Schlag. Schlag. Sie sind aus 208. Ich hoffe, ihr seid bereit. 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 Und da fliegt die Betteweide aus dem Ring. Oh oh, der Rolindo will da draußen springen, aber der Bladetreat kreut sich welchen schön auf vorher. Aber Rolindo lässt sich viel so unterrieten. Und der Pimp war so, vor dem Bladetreat, aber Rolindo. Und der Pimp. und der Konter von El Rolino und die Platzwunde Bayern der Black Druid und der nächste Wettbewerse und das war's El Rolino behält seine Titel gegen der Black Druid der eigentlich Hechtstart Ja, herzlichen Glückwunsch an El Rolino du hast den Titel wiederbekommen und somit geht dann der Black Druid runter auf den allerletzten Platz der Hauptaufsonderer der ursprüngliche bleibt natürlich auf dem Hauptaufsonderes Platz Ja Leute, das war's dann wir haben einige schöne Matches gesehen und schauen dort mein Talender an den Talender, welche wir als nächstes im Programm haben und es ist der Royal Rumble das heißt ihr seht den was heute am Donnerstag das heißt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag am Dienstag haben wir dann den Royal Rumble Pay Per View wo ich echt gespannt drauf bin der dürfte auch recht interessant werden Ja Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe es hat euch gefallen wenn ja, schreibt es in die Kommentare lasst einen Daumen hoch da und ein Abo auf diesem Kanal falls ihr es noch nicht getan habt Ja, wir sehen uns morgen im Asno wieder ich bin der Harry, wüns euch noch einen schönen Tag bis morgen und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal